Gehen wir zu meiner Lieblingsbeschäftigung, ne Runde Graben. Fackeln? Fackeln? Ich hab keine Fackeln mehr. Hm? Ich hab keine Fackeln mehr. Okay. Na okay, Charcoal ist da. Hoffentlich erkennt die Köö das Ding nicht als Block und baut ihn ab. Ohohohohohohoho. Das ist natürlich fies. Obwohl es ein Block ist, ne. Ja ja, klar. Ach ne, das ist... Das Ding spawnt gar nicht jetzt im Wasser, das spawnt seit oben am Land. Okay. Toll. Aber es steht auch da, ne? Ja. Gut. Das Ding spawnt am Land. Im Wasser kann das gar nichts spawnt. Gut, ich hätte dann gesagt, weißt du was, ey, dann kannst du die Sachen wiederholen, ne. Zumindest also Taschen und sowas, ne. Ich wär erst mal in Game-Option gegangen und hätte geguckt, ob das Ding noch da ist. Weil sonst wäre ich ja gar nicht erst dran gekommen. Ja, was ich ja zum Beispiel mache ist, dass wenn... Äh... Komischerweise arbeitet die echt noch. Ja, gut. Ja, gut. Ich weiß ja nicht viel Strom, die kriegt dann sowas, ne. Ja, halt nur Kohle, ne. Ja, guck, siehste. Das ist halt nicht so zu viel. Begeistert isst die Curry da auch nicht von, wenn sie nur Kohle frisst. Ja, genau. Wäre ich auch nicht. Obwohl den ganzen Tag Pizza essen... Boah. Du gehst doch den ganzen Tag eine Pizza. Ne. Obwohl ich grad eine hat. Eine selbstgemachte. Okay. Aber ich zu faul war sie in die Mikrowelle zwar, damit sie nochmal aufwärmen. Okay. So. Was sagt der denn lieber? Über wie viel Kohle hat er noch? Muss das noch am Freikommen, oder? Gibt's nur noch so eine Kohle drinne. Da hat man so ein Stückchen. Wir haben... Wir haben... Oh, da sind ja noch 14 Kohleblöcke drin. Neu. Normalerweise hätte das schon längst leer sein müssen. Ja, wenn er aber langsam arbeitet... Äh, ich glaub... Server-Neustart... Und der... Wir waren ja nicht mal hier im Gebiet. Und der hat den Schank nicht geladen. Der muss ja erst den Schank geladen. Ja, aber wann... Startet der automatisch? Dann arbeitet die... Ne, dann arbeitet die Curry ja wieder weiter. Weiß denn, selbst den Server-Neustart hatte ich ja nichts mehr gemacht. Okay. Ja, man muss halt erstmal die Gebiete neu laden. Hm. Also wo Schank lauter stehen zu mir. Nicht der Meinung. Bisschen komisch. Verbrauchfähig. Nice. Geh bald so. Gürtel. Nur ein bisschen. Komisch. Gürtel. Was haben wir denn hier noch? Kannst gleich mal kurz... Ach ne. Ich denke mal, dass man muss schlafen gehen. Aber dabei ist das ja nicht so. Hier sind zwei leicht verschiedene Gebiete und dadurch sieht das immer dunkler. Bei uns zu. Ja, sicher war... Weil da unterschiedlich drin ist. Naja. Stirb kleines Hühnchen. Hammack. Ich brauche, Borg, Borg. Ich brauche, Borg, Borg. Ich brauche, Borg, Borg musste sterben. Boah. Reicht das? So, Kohle wieder, äh äh, verhalben wir. Ja, also muss sie am Anfang von der Curry schon sortieren, dass alles was so erzmäßig ist, schon mal irgendwie seitlich abgepumpt wird das geht ja automatisch dann immer weiter ansatz musste sie noch mehrmals ich glaube nicht dass wir genug material haben für alle ideen noch eigentlich erst mal nicht kann man später immer noch mal oder genug strom vonziehen nein es wird dunkel willst du schlafen eigentlich muss ich mich schnell hier rauskramen weil mich nicht so weit kissen beim bus kommt angeflogen schnell wenn wir das mit den ersten aufmachen ja mehr also die autos haben okay weil wenn ich hab ja letztens das problem gab so viel eisen ich habe alles reingeschmissen und voll vorbei der stoppt ja die ganzen plätze voll und dann kommen die hammer ja nicht mehr rein und alles andere wird dann weitergeleitet oder ploppt raus ja aber er kommt doch mit hinterher wenn du es jetzt nicht vollmüllst ja ja klar aber wenn ordentlich was kommt halt du musst du halt immer so viel machen dass links überhaupt zwei plätze waren für den hammer ne ja zwei plätze du musst zwei plätze frei bleiben dass du da acht kannst du da sechs decks reinwerfen und zwei plätze für hammer mehr platz hast du nicht dafür frei da kann man das weg geworfen werden anders immer so viel kompost herstellen ich stelle noch kompost die ganze zeit her ok ja dann ja falls man wieder was hochzüchten müsste wie die pilze oder so ging ja 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 das geht in die ersten pülze ja das geht in die ersten pülze weil dies folgen die ender shit toll sonst kommt doch nicht dazu gerade raus zu kriegen was ist denn weg natürlich das wir gucken in dem loch hier wenn man die kisten und welchen ob sie den bestimmt war das habe ich ja schon von dem die dinger waren voll in der küche hast ja auch updates gemacht ganz was ja auch schon voll war sich gewundert hat sich gewundert hat dass das voll wird ja wenn du halt abbauchst und seit mehr so kommt er und gesagt mehr was mir halt bei der query fehlt es einfach so updates die du darauf machen kannst die übelst teuer sind ja wenn du so so auf die lack kriegst oder so warum sind hier plack auf charcoal in den kisten weil du noch keinen charcoal hast nein in den kisten wo die query alles reinschiebt komisch das ist böhmisch kömisch oder habe ich schon alles aus dem haus ich weiß dass du auf jeden fall massenweise rausgeholt hat das vom letzten mal war weil du mir so viel in der hand gedrückt hast dann die ganzen updates noch ein sortiert das ist bestimmt noch nicht okay ich wollte gucken ob ich das kann ich dir leider noch nicht auch gut dass du immer markieren kann und das hervorheben kann es einfacher zum sachen zu suchen besonders bei den ganzen mischkisten die wir hatten warum sagst du das so das muss ich gucken gibt es hier wandern taschen Andererseits Decks in Obsidien Lade Floss 1 hab ich eben direkt 6 rausgeholt Ich möchte überhaupt nen Cheater Ja Das auch noch mal so Weißt du eigentlich das es hier so nen Hub gibt? Was? Hm? So nen Greifer, wo du mit die Seile lang rutschen kannst Nö Habe ich letztens auch herausgefunden Bei dem Engineering Ding Okay Gibt es so nen Hook Wo du so bestimmte Seile mit runterrutschen kannst Hm War geil für lange Strecken Wenn man auch fürs Lager nutzen kann Zum runterrutschen ins Lager Nö das geht nicht Da musst du so schräg um Ja das hätte man hinter uns in der Wand lang machen können Ebene für Ebene Ja gut Oder Na hier Stank zum runterrutschen in jeder Ebene Na geht aber halt nur so schräg halt ne Seinen Stank Das hätt noch dich auch was Dafür kannst du aber was du es dafür machen kannst? Das ist Lian Na gut Lian können das ja wenn du die frei runter im Raum hängen lässt dann unter die am Block dann kannst du so runterrutschen Das geht ja zum Beispiel Aber sie glaube ich nur ein bisschen komisch aus dann Ja So die jahre würde Morgensstank bitte aufnehmen Es gab ja mal Seile Weiß aber nicht für welchen mod Was ist denn alles kein Feuerwehrmod Ne aber es gab so ein Mod wo dann so ein Seil runterrutschen konnte Nein ich meine halt wie es kein Feuerwehrmod Dann kann man da Sangen rausnehmen und In einen anderen Modpack mit reinstecken Ich bin bestimmt Du brauchst ja hier nur bestimmt Roadmod eingeben Also Seilmod Findet der bestimmt was Oh meine Beine ey Lecko Mio So 6 hab ich denn da grad zusammengekriegt 1 2 3 4 5 6 7 27 Stacks Obsidian Senders kann zählen Hey Aber gut dass du schon mal zählen konntest Nutzig aber 27 Stacks Ja Du kannst eigentlich nichts auf jeden Fall mit machen Ja Schön Den Upgrade sind dauernd Obsidian Aber dafür Ich baue voll viele Upgrade Templates noch Ich wollte grad sagen Ich wollte grad sagen Ähm Findet der gar nicht so Upgrade auf jeden Fall baue ich richtig richtig viele Leute Ja schon sehr wenn du allein die Upgrades brauchst du brauchst du diese Du brauchst ja Oh Entschuldigung Er auch Du brauchst ja massenweise wie Holz wieder Ja ja Wie standard Upgrade Mhm Wollen wir die Kisten bauen Ja du brauchst immer die Templates Du brauchst ja schon 86 Eine Kiste und 6 mal Holz Ja Vorteil ist wenn du da ganz viele Autocrafter nennst und die schon mal alles automatisch machen lässt Ja Sticks Kisten Geht ja alles Ja Komm mal zurück Sicher Kannst doch da hinten bleiben Nö Sicher nicht Muss nicht unbedingt wiederkommen Ja War so ruhig im Gebiet Ja Ja Schnapp man Klar Ich dachte auch immer das das war ungewohnte zwei heftig Kopfhörern aber Geht das nicht Und wenn du eine gute Kopfhörer Ich kann mir nicht in ihr Ja wollte das sagen wenn du eine gute Kopfhörer hast dann brauchst du es auch nicht Man sollte sich das immer so doof angehen weil ich mich ja selbst reden darf Mhm Und das geht jetzt sogar aber durch die Inniers hörst du dich ja mehr selbst drehen Wenn du Headseater hast das komplett abschließt dann hörst du dich kaum selbst drehen Das weiß ich ja Jaja Der Feuer auch Inniers Ja aber doch noch für die Musik oder? Oh klar dass du die genießt Ja Hatte ich vorher auch so Ich hatte vorher Und das war ungelogen anfangsmäßig Kennst du noch die Ich weiß gar nicht welche Kamera das war Eine Kamera die hatte Mikrofonfunktion Und deswegen habe ich dir das so komisch angehört Und so hat es ja dann Boxen laufen Weißt du die hab ich ja immer noch stehen aber die kann ich ja jetzt an und ausstellen Oh Wo geh ich grad ins Bett Mhm Hallo Kann mir noch einen legen? Immer wenn ich hier zum Bett hin lauf Dann fängt es an zu lenken Aber auch nur hier Keine Ahnung Oh hier Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Also hier unten sind die Maschinen und drüber ist das Bad Ungefähr ne noch nicht mal Das ist ja nur weiter außerhalb Doch vielleicht durch Wollte eigentlich gar nicht kommen Durch was? Auch hier ist das genauso Durch die Engines Vielleicht Durch die Motoren die ganze Zeit pumpen Ja 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 19 FPS Hm Die sind jetzt ganz einfach nur am Pumpenpumpen Die eine habe ich ja schon ausgeschaltet Geh ich weg Geh mein FPS wieder hoch Ja ja Das sehe ich Guck mal die einen pumpen mehr dauerhaft Die anderen Also würde ich mal die anderen vom Ofen würden jetzt auch noch dauerhaft pumpen Naja Ist mich echt wundern warum die das machen